So, da sind wir wieder bei Let's Play Battlefield, nein, Schmarrn, äh, MW2 war's, ne? MW2 ist das. Together. Together, blablabla. Ich geh übers Gewächshaus. Auf der Map, wie heißt die Map? Estate? Ne, das war die Map. Ja, meine Lieblings-Map. Deine, deine, äh, echt, oder ist das Sarkasmus? Sarkasmus. I don't like Sarkasm. Mmm, süße Schokolade. Guck mal, wer da hinten ist. Wart mal. Mmm, da steht er. Bist du meine... Mein Gott. Willst du meinen Lollipops sehen? Müsst du meinen echten Hasen sehen? Echte Hasen sind eine echte Rarität. Oh Gott, da hab ich's scheiße geschossen. Eine ist in dem Gras-Senkungsteil drin. Zwei? Da kommen drei. Oh, oh. Ja, genau. Wie er hört, dass ich schmeiße, oder was? Kommt einfach mal reingejumped, der kleine Wichser. Marco Peek! Da oben steht einer an. Marco. Polo. Zwischen Fels und Tür beim Gewächshaus. Unten ist einer. Bist du? Wenn du jetzt da hoch gehst, links, links, links. Ja. Direkt am Felsen. Oder kann man da hoch? Ich weiß es nicht. Jetzt links. Weißt du? Okay, der ist hoch. Dann ist er hier hoch. Dann ist er hier bei deinem Fenster raus. Kann man hier hoch? Abbi. Ja, hier kann man hoch. Im Haus. Ah, scheiße. Leck die. Also, bis ich eine Granate schmeiße, dauert es Jahre. Oh. Hi there. Marco. Da rennt einer im Haus rum. Ich hör ihn doch. Marco. Marco. Na du? Scheiß Ping, würde ich sagen. Das ist noch meiner. Haus vorne draußen, auf dem Ohrfeld. Ja. Parkplatz. Alter, schieß ich grad scheiße. Bei den Autos eben, ne? Weißt du? Alter, mit seiner scheiße Rafika. Wir kommen jetzt ins Haus rein. Von der Seite, wo ich grad anpirsch, ist es irgendwie scheiße, ne? Du pirscht dich an. Oh ja. Wegen kleiner Mongo. Alter, Vater. Ich will jetzt nicht sniperen. Uh, der war, der wird dir hören. Der Agent, der macht den Ping richtig gut. Ich muss schon sagen. Zwei Balken, kann man richtig viel erreichen. Richtig viel, lalalala. Meine Zunge ist grad wieder wie Gummi. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was mein teammate da grad links zu mir versucht hat zu machen. Einen runter zu holen an den Holzbalken. Ja, natürlich am Bootshaus, ähm, unten, unter dem Steg. An dem musst du dich kümmern. So, ne? Ich renne über... Oh, oh. Mich sieht der sowieso nicht. Ich bin im Haus. Ausnahmsweise. Der wär auf mich gegangen. Wie immer. Die gehen immer auf mich, die Dinger. Ja, die ziehen dich magnetisch an. Oder du sie. Oh, kommt ein Reifen. Hi. So. Ja, das ist mein Aiming grad irgendwie scheiße. Ich muss mich mal gerade hinsetzen. Nicht so vor's Mikro buckeln. Bisschen zurücklegen. Kurz mal an den Schwanz fassen. Okay. Perfekt. Da ist auch keiner mehr drin, oder? Ich hab Wodka gekillt. Wodka? Wodka-Dieb denn? Oder irgendwie, wenn ich mich seitlich umschaue, dann... Blätter machen mir auch fertig. Ja, genau. Sind alle am Bootshaus hinten. Ja, ja, ja. Kaka-Büchen ab. Ja, du, Pisser. Ich lass die Granate fallen. Die rennen im Kreis. Also rennen am besten... Da rennt einer auf der Treppe, by the way. Du hast nicht gekillt. Aus einer am Fenster. Aua, kill der Ma... Ja. Wo war'n der? Da sind nur noch zwei oben. Wo war'n der? Bei der Treppe. Bei der blauen... Äh, weißen Treppe. Ja. Der Textkünste? Komm schon. Geh sie an Reifen. Lord Worek. Ja. So hat er durch die Textung gekilltet. Alter, der aber geschluckt Junge. Ich muss man drei Schüsse abgeben. Ruckel-Ruckel-Ruckel. Dann hab's da schon... Na, na... In Boote drin. Im Bootshaus. Was? Na ja, das so'n Boot aufgestellten... Ja, man hat das, was dann get vlogt. Na, na, na. Na, na. Na, na, na. Also, na... Na, na, na. Na, na... Na, na, na. das ist eine Scheiß-Asske aus dem Bild ich sehe nix Aua einer ist oben bei mir Aua kommen alle über die Seite ich sehe gar nix zu machen ich sehe gar nix Gewecksaus Zwei Dieben uns anladen Alter, wieviel der schlucken muss Voll der schluckt Im Haus, im Haus, im Haus Alter, hab ich scheiße geschossen Von hinten, natürlich Sie spielen doch zusammen, ey Wir rennen alle auf einen Raufen Dann schaffen die uns nicht Der, wo dich gekillt hat, den hab ich Ja, wow Die sind alle Gewächshaus und Haus Ohne Scherze Kleine Kinder, die nie nichts können Und noch viel mehr Ja, wieder trifft wie wieder ACR Oh, das ist Erste Mal Die Auge auspacken Ich wusste den Namen nicht mehr Alter Boah, das Camper-Daw Ja, stets 3500 zu 47 Da würde ich auch anfangen zu campen Wir haben keine Schnitte im offenen Feld Hocken wir uns ins Haus und warten bis sie kommen Hm So wie Herbert es machen würde Was, Leute? Ja, natürlich Ja, du Pissgesicht Ähm Noch einer Ich weiß nicht, ich hab irgendwie einen Scheiß-Ping Äh Moll Geht Alter, sind da viele Und dann blendet der mich Wie denn das? Will ich gern sehen Ja Super geschossen Ich muss schon sagen So, ich sniper jetzt Ich hab keinen Bock mehr Oder tuben Nein, ich sniper Da hab ich auch die Rafik Fik Die holen auf Ja, jetzt noch nicht Ich muss erst einmal sterben Was hab ich denn? 8-7, naja RKD Nein Und da kommt ne Ding Aber auf mich geht's nicht Auf mich? Nee, ich hab's mittlerweile jetzt draußen Immer bei einer Predator Rein springen kann ich auch, du Wix-Kind Ah, ne Cobra natürlich Kann ich denn eine Cobra haben So wie es aussieht Da bin ich das Haus besetzt Am Bootshaus 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 So, wer zeigt, dass ich jetzt mal ein bisschen aufhole hier Ähm, bei den Garagen unten Ja, ich bin auf den Helikopter, ne Bootshaus, Garagen So, ich mach mal kurz das hier für euch Ja, Garage Zwei am Auto Oh, wieder der Nebensniper Ich kann ja nicht so viel machen Ich hab keine Muni mehr für meine MP Äh, UMP Umpepumpe Das einzige was ich machen kann Ich kann jetzt hier im Nahkampf Ein bisschen was weghauen Aber Oh, wir stellen den Geschütz auf Ich kann jetzt durch die Bethanyter schießen Hihihi Kannst du mal durchschießen? Ich kann durch die Bethanyter schießen Du bist ja oben Ja Ja So ein scheiß Luftschlag Ja, aber durch die Wand kann man nicht durchfallern oder was? So, ich kann mal kurz deine Waffe hier Ska H Über mir Über mir Die sind alle über mir Ich lass auch rumdackeln Kann man da schon drüberspringen oder erst bei dir? Ich glaub erst bei dir Finde ich Ja, da sind sie schon Pass auf Ähm, ähm Die kommen alle zum Sofa Hab ich Ne, ich hab nicht den letzten Kill gemacht Die Scheiße NEIN Ich hasse sie nicht Aber Ohne Scherz Ich liebe sie Naja Zwei AKD Alter Mh Da hat grad einer einen 360 versucht Wir hauen ab Und der Zuschauer Soap McTavish Hehehe Oh, ja Fuck, ich bin nicht Erster Und du auch nicht Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay, wir bedanken uns fürs Zuschauen Und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschalten wirst Wenn's Oh, jetzt liefen sie alle Wenn's wieder heißt Let's leave MW2 Leave Mit dem Klaas Mit dem Klaas und mit dem Hängerboy Tschau Tschüss